DRZ-Zone 1, Herrschaft. Na ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Nehmen wir ihn eigentlich mit. Ähm, Stormywehr und Schautzer 3 brauch ich, ne? Nehmen wir das auch. Ja, ja, ja. Wir kontrollieren Charlie. Wir sind in Führung. Feind sichert Bravo. Der Feind auf Bravo. Feind sichert Alpha. Ja, ja, komm. Alpha gesichert. Feind sichert Charlie. Der Feind hat Charlie eingenommen. Wir kontrollieren Alpha. Magazinwechsel. Musst nachladen. Ja, komm. War das denn? Ja, komm, mit Pistole. Ja, genau. Blinkgranate geworfen. Granate ist raus. Flurfensystem wurde aktiviert. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Charlie, Herr Bishop. Schade. Bein geschossen. Lade raus. Feuer, Feuer, Feuer. Feindliche Drohne im Einsatz. Feind am Boden. Feindliche Drohne über uns. Ich werfe eine Granate. Ja, ich hab's mir gewusst, dass ich von rechts... Ah, nein. Ich bin schoss. Feind nimmt Charlie ein. Die Führung gehört uns. Verbündete Drohne im Einsatz. Nein, Mann, komm, so. Wir verlieren Charlie. Wir verlieren die Granate. Wir verlieren das Magazin. Wechsel im Magazin. Charlie wird gesichert. Hä? Keine Ahnung. Boah. Er wird der Aufklärungsüberflug. Verstanden. Thron ist online und Zielobjekt Charlie gesichert. Genau. Ja, Mine hinwerfen. Genau. Genau. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Zurückerobern. Ich werfe eine Granate. Mona hat kein Treibstoff mehr. Die Kerze war zu schütteln. Guck da. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Oh, die schaltet. Ich habe mich erwischt. Ich gebe die Deckung. Wir kontrollieren Charlie. Ich nehme Bravo ein. Ich nehme Bravo ein. Ich nehme Bravo rein. Bravo wird gesichert. Feind nimmt Alpha ein. Vorsicht! Da für Subtags! Feind sichert Alpha. Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Wir verlieren Charlie. Verbündete Drohne online. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Bravo wird gesichert. Zielobjekt Alpha gesichert. Ach Mist. Schade. Wir nehmen Bravo ein. Wir kontrollieren alle Zielobjekte. Wechsle das Magazin. Du wirst hier nicht sterben. Ziel zerstört. Stehe unter direkten Beschuss. Bleib langsam. Werfen Fanate. Wir nehmen Alpha ein. Hör auf, auf mich zu schießen. Eins sicher, Charlie. Drohne einsatzbereit. Ich lege hier Munition ab. Sorg dafür, dass es uns lebt. Muss nachladen. Erbitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Drohne ist online und kreist über Einsatzgebiet. Und dann ist es los. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Abgeschlachtet. Wir kommen jetzt zwei. Schade. Schade. Komm. Da waren zu viele. Ja, Sniper. Komm. Verbündeter Luftflag unterwegs. Wir nehmen Charlie ein. Zielobjekt Charlie gesichert. Ich hab's gehört, dass einer angerutscht kam. Wir verlieren Charlie. Ich schieße erstmal auf ne Leiche. Ach man. War das ein Sofortabschuss eigentlich, oder war das jetzt? Ja, war einer. Ja, okay. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Feind nimmt Bravo ein. Trophysystem wurde aktiviert. Drohne in Bereitschaft. Erbitte Aufklärungsüberflug. Jetzt wird verstanden. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Feindliches Geschütz aktiv. Die haben mich erwischt. Ach, schade. Feind sichert Charlie. Drohne hat kein Treibstoff mehr. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Ich bin bei dir. Wir kontrollieren alle Zielobjekte. Die zweite nimmt Alpha ein. Wir haben Alpha verloren. Ja, er steht da unten. Und snipet alle weg. Dann gewinnen wir. Ah, wird eng, wird eng. Charlie wird gesichert. Dank mir nicht. Wir kontrollieren Charlie. Verbündete Drohne online. Werfe an die Granate. Die haben wir eine Zangy hin. Naja, die haben wir in die Öl. Geht doch. Gute Arbeit. Aber fast gut. Fast. 24.15. Ah ja, geht. Geht. Bill sucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.